Musik 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 Aber es ist schon mal gut, dass wir wenigstens so einiges jetzt machen können. Ja nun. Ne, hier hinstellen will ich sie noch nicht. Das kommt doch später. Da müssen wir eben jedes Mal jetzt hier rüber laufen. Also ich hab langsam... Ne, also so langsam... Aber sicher. Freunde. Ne, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr, was ich meine. Was denn da schon wieder? Ach Mist. Also, was brauche ich denn nicht? Was kann ich denn wegmachen? Diese komischen Pflanzen, die wachsen bestimmt sowieso jedes Mal nach, oder? Blocks haben wir auch genug. Die können weg. Kann ich die wegmachen? Die sind weg. So. Steine brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Da haben wir wahrscheinlich eh schon genug dabei. Wee. So. So, so, so. Wo ist denn der Hundewutz? Ups. Ich hab mir schon immer zu Weihnachten ein Dackel gewünscht. Da. Ich hoffe, das geht. Nicht, dass ich ihn auswesend umbringe. Ach, verdammt. Ich bin hier schon wieder voll. Moment. Ähm. Jetzt kann ich ihn wegmachen. Das kann auch weg. Ist aber auch voll mit. Dachshund. So. Ist aber eh voll. Können wir eh nichts mitnehmen. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt hab. Mit dem Dackel. Dann müssen wir eben ein paar Tierchen retten und müssen dann eben den Werkbank, die da vorne ist, eben nutzen. Kann ich jetzt auch nicht ändern, leider. Wie der... Ich hätte eigentlich keine Lust, jedes Mal extra hierhin zu rennen. Um was, ähm, herstellen zu können. Aber es ist leider der Fall. So, ein bisschen Ausdauer tanken. Dann wollen wir mal losflitzen. Oh, oh. Ich glaube, ich muss gleich wieder niesen, ey. Ei, ei, ei. Die Nase juckt. Die Nase juckt. Oh, oh. Oh, wartet. Bin gleich wieder da. So. Oh. Verzeihung. Tut mir echt leid. Ui. Ist aber heute wieder schlimm mit meinem Näschen, du. Das juckt ja wie verrückt. Achso, ich dachte, das wäre jetzt hier so ein... Atsch. Klumpen. So, da sind wir wieder. Trautes Heim, Glück allein. Glein. Krückelein, genau. Krückelein, was? Glück allein. Oh Gott, Leute. Ich hab... Ich... Ich weiß nicht. Ach. Es ist so regnerisch draußen. Meine Katze ist krank und... Ach. Meine Augen sind taub, meine Ohren sind grauhaarig. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, ne. So. Jetzt gehen wir erst mal... Tierchen retten. Ausdauer geht so schnell weg. So viel können wir gar nicht trinken. So schnell wie die Fotos. So, dann wollen wir mal gucken. Bapp, 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 bapp. So, erst mal die Tierchen. Ah, ne. Ich brauche die Medizin dafür erst. Stimmt. Erst die Medizin. Dann die Tierchen. Na, Hundi? Gleich hast du einen Freund, wenn es funktioniert. Wenn ich ihn nicht aus Versehen umgebracht habe. So, wo haben wir denn die Medizin? Die habe ich ja hier. Hier zum Beispiel haben wir das. Da können wir ja das da reintun. Stattdessen. Ja, genau. So machen wir das. Dann haben wir hier noch das. Ah, hier. Da ist er ja. Hä, wo sind die Bambis schon wieder? Ich sammle die doch immer ein. Hä? Okay, dann halt nur ein Tierchen zum Retten. Ach, ich brauche nicht. Nur das hier und... Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn das? Achso. Ähm. Ich weiß ja nicht, was ich genau dafür brauche. Nehme einfach mal alles mit. Jedes Mal sind die Bambis verschwunden. Mir wurde ja gesagt, dass es angeblich ein Bug war. Mit diesen Rehen. Dass die immer im Inventar wieder verschwinden, wenn man die einsammelt. Aber es soll angeblich wieder gefixt worden sein. Eigentlich. Wo war das nochmal? Hier, ne? Genau. So, haben wir denn hier einen Dackel dabei? Jawohl. Habe ich denn alles dafür? Okay, Taming. Was ist das? Ah, so. Also das Rote braucht immer für den und das Grüne. Ach, ich habe wieder keinen Platz. Stimmt ja. Äh. Schmeiß mal den raus. Ach, ist ja egal. Wächst wahrscheinlich sowieso wieder. So. Zack. Dann können wir den Hund hintun. Jetzt kommt man kurz da hin. Zack. So. Haben wir ein weiteres Tierchen. In unserer Basis. Ey Kumpel, willst du ein Freund? Guck mal, wer ich dich gefunden habe. Da, nur für dich. Oh, das ist aber ein süßer Fratz. Oh. Ist ja richtig niedlich. Wo ist mein Pferd eigentlich? Achso, den habe ich da hinten irgendwo stehen gelassen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, weil wir konnten ja doch noch ein bisschen was bauen. Und bauen nochmal diese paar Dinge aus da. Äh, wo war das? War das hier lang? War das da lang? Das war hier lang. Genau. Ich würde nämlich schon interessieren, wozu das alles gut ist. Wie gesagt, man kann ja auch in dem Workshop, kann man ja auch Brennholz und sowas machen. Ist halt doof, dass wir jetzt jedes Mal da hinrennen müssen, aber ich weiß echt nicht, wo das sein soll. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt weiter noch ewig zu suchen. Ich will irgendwo mal was tun. Irgendwann, ne, ist auch mal gut hier. So, während wir rennen, trinke ich nochmal ein Schlückchen Kaffee. Na, ma, ma. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. So, ein Slot sollten wir jetzt freilassen. Also das heißt, das lasse ich mal trotzdem noch da liegen. Diese Ausdauer. Ups. Ups. Und blups. Und blups. So. Und weiter geht das. Vielleicht, wenn wir dann jetzt genug gebaut haben, dann... Man kann ja auch extra noch eine Werkbank für Waffen, dann extra eine für Rüstung, dann extra eine zum Münzen herstellen, dann noch eins für Nahrung, eins für Getränke und so weiter und so fort. Also für jedes eine spezielle Werkbank, sage ich jetzt mal. Nennen wir das jetzt einfach mal spezielle Werkbank. Und vor allen Dingen die Waffen hier. Die würde mich zum Beispiel... Oh, noch. Oh, nö. Die habe ich jetzt natürlich vergessen. Macht 14 Damage. Wie schlecht. Hast du? Zehn nur. Machete. Zwölf. Zehn. Vier. Okay. Würde mich das Teil ehrlich gesagt am besten interessieren. Was ist das hier? Acht. Fünf. Zwölf. Nochmal zwölf. Zwölf. Okay. Gut. Dann. Ja. Hier können wir uns auch eine Kiste machen. Wir könnten uns ja theoretisch auch eine Kiste hier hinstellen. Hier kann man dann die Waffen herstellen, ne? Genau. Vielleicht mache ich erst mal eine für Pflanzen. Und eine... So. Ja. Für was? Ich mache erstmal die für Pflanzen. Machen wir das erst mal. So. Wo habe ich das? Wo soll ich hin? Hallo? Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er hin ist. Ach da. Da ist er. Okay. Ein Slot habe ich immer noch frei. Vielleicht für Waffen erst mal. Oder Tools. Tools. Vielleicht. Okay. Gut. Hätten wir das. Äh, ja. Da wir ja immer so voll sind und ich aber nicht weiß, was wir brauchen. Müssen wir jedes Mal hin und her rennen. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber was müssen wir mal machen? Vielleicht finde ich ja das Teil doch noch irgendwann. Mit ein bisschen Glück. Das kann ich immer noch nicht, ne? Ja, ja, ja. Ich wollte es ja nur mal wissen. Muss mich ja nicht gleich so anmeckern. Herrschaftszeiten, junge Frau. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Äh, so. Stellen wir das jetzt zurück. Dann. Was machen wir dann? Genau, dann fliege ich mit dem Luftballon erst mal rum. Irgendwohin. Ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwo hin. Juh. Einen Gackel haben wir ja. Haben wir noch einen Greyhound. Die Rehe verschwinden immer, sobald wir die einsammeln. Merkwürdigerweise. So. Vielleicht hätte ich mir noch eine Werkbank für Essen extra hinstellen müssen. Das wäre vielleicht angebrachter gewesen. Aber ist jetzt egal. Jetzt haben wir die beiden Dinge erst mal. Das ist nur so ein kleines Teil. Das könnte ja theoretisch auch hier gut passen. So. Perfekt. Das kann ich hier machen. Waffen. Ähä. Das ist einfach nur zum Sammeln. Container. Na gut. Ist ja wurscht. Dann haben wir hier noch... Moment. Tab ist Inventar. Dann haben wir hier noch so ein... Für Pflanzen. Okay. Wo tun wir dich denn jetzt hin? Sieht so ein bisschen nach... Nach... Nach drinnen aus. Ich glaube, das müsste nach drinnen. Können wir ja hier mal so hin tun. So. An der Wand. So schön am... Am Fensterchen. Also für mich ist irgendwie alles Container. Ist das falsche Zeug gebaut? Bei mir wurde gesagt, man kann da jedes Mal was... Was ist denn hier? Jedes Mal was anderes bauen. Hier haben wir noch so eine schöne... Große Kiste. Kann ich die auch da drauf stellen? Viel größer ist die aber nicht. Okay. 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 So. Passt auch nicht mehr rein. Ist ja doof. Also für Pflanzen haben wir... Wozu auch immer die jetzt gut ist. Und Tools haben wir. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht kapiere ich es auch gerade wieder nur nicht. Kann natürlich auch sein. So. Machen wir hier erst mal ein bisschen Platz. Das ist für Pflanzen. Da packen wir jetzt auch die Pflanzen rein. So. Zack. Vielleicht ist es ja auch dafür irgendwie gedacht, dass man das besser sortieren kann. Vielleicht. So. Hallo. So. Und so. Das ist glaube ich nicht pflanzig. Aber das hier. So. Das kann platziert werden. Das auch. Gut. Dann platziere ich das mal irgendwo. Vielleicht hier so hin. Oh. Dann. Zwei von. So. Kann man auch jederzeit umplatzieren. Das finde ich praktisch. Was haben wir denn noch? Ah hier. So ein Wasser-Ding haben wir ja auch. Das kommt einfach mal direkt daneben. So. Gut. Können die Tierchen trinken. Der da ist ein bisschen geistig verwirrt. Aber das macht nichts. Wir haben ihn trotzdem lieb. So. Können wir nämlich hier ein bisschen raus sortieren. Das ganze pflanzliche Gelumpe. Das ist nicht pflanzlich. Aber da können wir das jetzt einfach mal hier so. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Kommt hier ein bisschen mehr Ordnung rein. Das ganze System. Ist eigentlich gar nicht so doof. Wenn man das so betrachtet. Da weiß man genau wo was ist. Und so. Zack. 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 Und zack. Zack. Und zack. So. Haben wir hier noch irgendwas pflanzliches drin? Nope. Hier. So ein Pilz. Ein bisschen davon. Holz. Das würde ich eher dann extra ins Holzlager packen wollen. So. Hier haben wir noch was. Und da auch. Da auch. Und hier. Ah. Das sind Samen. Geil. Können wir natürlich auch erstmal hier rein tun. So. Damit kann man das auch mal ein bisschen übereinander stapeln. Das ist ja auch gar nicht mal so doof. Halt. Wollen wir das jetzt Samen? Okay. Glaub nicht. So. Das kann auch hier hin. Das kann hier hin. Das hier. Das ist voll. Und das hier. Äh. Ah. Hier ist auch noch was. Gut. Das ist Plastik. Kann man den eigentlich auch platzieren oder? Dekoration. Okay. Wenn das so ist. Dann können wir natürlich auch dekorieren. Wo dekorieren wir das denn hin? Dekorieren wir mal hier hin. So. Sieht doch ganz schick aus. Wird doch langsam. So. Das kann hier drauf. Das kann da drauf. Das kann da drauf. Oder auch nicht. Weil es ist voll. Okay. Das hier. So. Äh. Haben wir das? Nein. Also packen wir das einzeln. Das können wir hier drauf machen. Samen haben wir auch nicht extra. Packen wir trotzdem mal so rein. Pilze haben wir da oben. Das ist Dekoration. Das kommt hier hin. Hallo. Manchmal nimmt das auch nicht so wie er soll. So. Das machen wir uns hier unten wieder hin. Frage ist jetzt nur. Wo packen wir die dicke Kugel hin? Hier so neben das Bett. Ah. Ich weiß nicht so ganz genau neben das Bett. Das sieht glaube ich ein bisschen wof aus. Können wir hier so machen. So. Oh es wird doch langsam. Langsam wird es doch. Heimisch hier. Okay. Dir geht es gut Hund? Also ich weiß ja nicht. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher Hund. Haben wir noch irgendwie noch eine zweite Waffe. Das kann zum Beispiel hier rein. Das kann auch erstmal hier rein. Den Hammer. Den soll man angeblich brauchen, um Tiere aus dem Käfig zu befreien. Also lassen wir das mal drin. Jo. So waffentechnisch sehe ich jetzt weiter aus mein Nix. Beziehungsweise werkzeugtechnisch. Ach hier haben wir ja noch was pflanzliches. Hier ist ja noch so ein Pilz. Das machen wir mal ganz schnell hier rein. Bevor ich es vergesse. So. Alles andere schieben wir jetzt erstmal wieder hier rein. Das bleibt drin. Das kommt rein. Das kommt rein. Das auch. Toolset. So. Und Timber. Ein paar Eier. Können wir uns ja beraten. Theoretisch. Ein paar Stickies. Da haben wir noch rohes Fleisch. Das ist voll. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Knochen machen wir auch mal hier rein. Rein. Das machen wir auch erstmal hier rein. Das machen wir rein. Das stapeln wir übereinander. Das kommt da rein. Das auch erstmal hier rein. Die Federn kommen da rein. Das kommt da rein. Alles rein. Zack. Das füllen wir uns wieder auf. So. Okay. Das machen wir erstmal hier rein. Sortieren. Gucken wir nochmal durch. Gut. Wie ist der Platz haben wir jetzt wieder? Die Flaschen füllen wir uns wie gesagt erstmal auf. Wo waren das nochmal? Wo konnte ich das nochmal machen? Ach das ist ja mal ein Hottehü. Na? Alles fit? Wo konnte ich denn? Wo konnte ich denn? Mein Wasser auffüllen? Habe ich vergessen. Na egal. Egal. So. Wir nehmen mal hier. So. Dann wollen wir mal loslegen. Ich will wenigstens einmal nochmal ganz kurz, bevor ich die Aufnahme beenden muss, ich noch einmal wenigstens ganz kurz hier mal langkuschen. Ja! Wir können reisen. Juhu. Ich will noch einmal kurz irgendwo hin. Sag mal, ist die Musik eigentlich schon wieder aus? Nö. Spielt einfach nur keine mehr. Ist ja ätzend. Wie doof ist das denn? Sind ja auch Bäume. Kann ich die ja auch mitnehmen. Ich dachte, die kann ich mitnehmen, aber hier ist irgendwas. Oh! Oh, immer her damit, ne? Immer her damit. Nehmen wir alles. So. Dann wollen wir mal reisen. Wo reisen wir denn hin? Äh. Wollen wir da nochmal hin? Zu dem Fischer und dem bösen Heinz? Von der alten Aufnahme? Oder wollen wir hier hin? Oder da hin? Oder da hin? Oder da hin? Es gibt so viel! Hier. Das kommt alles noch dazu. Also das Spiel ist noch lange, lange nicht fertig. Aber es ist verdammt viel. Dass es jetzt schon gibt. Boah, diesmal auch mit Animationen. Ist ja geil. Und es lautet. So, und jetzt. Oh, oder auch nicht. Äh, wo bin ich? Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Ich hätte es vielleicht nicht nachts tun sollen. Da ist das schwimmende Haus wieder. War hier nicht auch der Schäferhund gewesen? Da ist er ja. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Dich nehme ich dann auch mit, Hund. Siehst nämlich echt hübsch aus. Dich nehme ich definitiv mit. So, ist hier irgendwas drin? Pflanzen. So, erstmal alles schön einsammeln. Dann bauen wir so viel, wie es geht. Oh, noch ein paar Steinchen. Brauchen wir. Definitiv. Oh, lock. Was hier? So. Hier noch irgendwas? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020